hallo und herzlich willkommen im ersten let's play video heute mache ich ein video mit animal crossing und meine aufgabe heute im let's play ist ich werde so gut wie viele juni flüche angeln dann fangen wir mal an so dann fangen wir mal an dem fluss an so 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 Und es ist ein Barsch. Den habe ich leider schon. Den brauche ich nicht mehr. Und schon wieder ein Barsch. Und schon wieder ein Barsch, der dritte heute. Ich glaube, heute ist einfach der Tag für den Barsch. Und es ist eine Regenbogenforelle. Den habe ich noch nicht. Jetzt tue ich den ersten Mal bei meiner Liste abhaben. Ich habe eine von meiner Liste abgehakt. Kriege ich den? Oder ist der mir zu weit weg? Ein Aal. So, den habe ich auch noch nicht. Wurde auch abgehakt von meiner Liste. So, die ich noch nicht hatte. Super, schon zwei Fische, die ich noch nicht hatte. Schon wieder ein Barsch. Mal schauen, was das für einer ist. Wieder eine Regenbogenforelle. Wieder eine Regenbogenforelle. Oh, da ist einer ganz in der Mitte, Tor. Da komme ich nicht ran. Oh je. Haus. Auf der anderen Seite vielleicht. Ja. Da ist er. Schon wieder ein Aal. Oh je, der wird nicht am Weißen. Ein Masulachs. Den habe ich auch noch nicht. Ein Masulachs. So, bist du da, bist du. Ja. Das ist ein Eine Karausche. Die habe ich leider schon lange. Okay. Hat wohl jemand gute Laune. Ups. Ja, Arnold? Der möchte meine Regenbogenforelle. Niemals. Die brauche ich noch für das Museum. Sorry. Ja. Manchmal sind auch Fische hier unten am Wasserfall. Aber das sieht so aus, als wäre da keine Schale. Und dann gehen wir jetzt runter zum Strand. Endlich. Und der schwimmt nicht hin. Und das ist ein Zebrabuntbarsch. Ups. Ah, verschielt. Jetzt schwimmt er auch noch weg. Das sind Schlawine. Ein Falterfisch. Den habe ich auch schon. Oh, jetzt habe ich den anderen Fisch verscheucht. Und das ist ein Lunter. Den habe ich auch schon. So. Mal schauen. Ob ich den kriege. Ah. Zu früh gedrückt. Mist. Was das wohl für eine sein könnte. ein Sehbarsch. Ich kann noch einen Fisch fangen. Komm her, Fischi. Komm her, Fischi. Und das ist ein Kaiserschnapper. So, ihr Lieben. Mein erstes Video mache ich leider nur so kurz. Und ihr könnt, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch geben. Und wenn ihr denkt, oder wenn ihr mir Vorschläge geben könnt, schreibt es einfach in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal.